Und damit willkommen mal wieder zu einer neuen Runde Dungeons of Infinity. Ähm, heute... Neh mal, wie geht er? Ja, wie geht er ist heute am Start. Ähm, Bonus-Item. Ich würde gerne heute eine Challenge angehen, ähm, dass wir keine Shops bekommen. Die Frage ist, was machen wir denn da? Ich glaube fast sowas hier. Ich glaube, Schild ist da am besten. Schild, ja. Und Challenge ist No Shops. So. Mache ich deshalb, weil wir haben die letzten Male diese Challenge nie geschafft ohne Bonus-Item. Ich hoffe mal, dass ich jetzt mit Vegeta und mit dem Schild als Bonus-Item vielleicht diese Challenge endlich mal rocken kann. Geil. Schönen Schild am Anfang, also... Ich glaube, das ist gut. Schauen wir mal. Ein Herzchen. Ein Herzchen. Das brauche ich nun wirklich nicht. Aber ich brauche auch kein Geld. Also, was wir wirklich brauchen... ...ist... ...ähm... ...gute Rüstung... ...die wir... ...hoffentlich schnell in verschiedenen Momenten in diesem Spiel finden. Ich bin mal gespannt. Okay, aber direkt der Schatzkist ist geil. Ja, leider nur eine Karte. Druckt mir halt relativ wenig. Mana ist auch cool. Wir dürfen wirklich nichts unversucht lassen und müssen versuchen, alles mitzunehmen. Und versuchen, alle Geheimnisse zu finden. Ich habe noch keine Fee. Die würde ich erst mal noch flattern lassen. Oh Gott, das war ein Fehler. Aber naja, wir kriegen ja eh keinen Schaden aktuell. Sehr, sehr wenig zumindest. Du, 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 komm. Zack. Bam. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da. Na, 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 na. Hm. Irgendwas auch nicht los. Ja. Bin halt gerade auf der Suche nach den Geheimnissen, ne? Geheime Wände und so. Weil das ist halt wirklich das, was uns hier weiterbringt. So. Zack. Und zack. Schön viele Herzchen. Was ich aber im Moment auch nicht brauche. Uh, guck mal da. Lass da was Gutes drin sein, bitte. Ah, zwei Schatzkisten. Ja, okay. Äh. Das brauche ich alles nicht. Schade. Schade, schade. So. Schlüsselhammer. Und damit ist die erste Etage gleich abgeschlossen. Okay, Bomben sind cool. Ja, das Geld. Ist halt bescheuert, ne? Ist einfach bescheuert, äh, dass Geld uns gar nichts nützt. Hätten sie es auch weglassen können. Gut. Dann, äh, zwei Etage. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Das wär ganz nice. Ich mein, wir müssen halt wirklich von dem leben, was wir hier bekommen, ne? Von den Schatzkisten und so. Ja, mal Pech haben, bekommen wir halt nix. Ist halt einfach so. Ah, sehr schön. Eine Schatzkiste. Und ich hoffe, wir bekommen keinen Fluch ab. Ja, ein Herzcontainer. Sehr schön. Auch was Feines. Hallo? Zack. Okay, cool. Herzcontainer ist was Feines. Der hat den Schlüssel. Bisschen Money. Okay. Äh, aber wir hatten hier noch einen Durchgang irgendwo links, ne? Das ging, glaube ich, noch nach unten weg, oder? Irre ich mich? Nach links. Okay. Schauen wir mal. Ah, Mann. Das wär's natürlich gewesen hier, ne? Ah, das wär jetzt super. Schade. Das wär geil gewesen. So, ich hab auch Kaffee am Start. Leider kalt, aber, naja. Besser als nix. Hm. Okay. Bab, bab, bam. Schlüsselhammer. Hier geht's auch nach rechts. Uh. Ja. Wie geil. Das ist gut. Jetzt muss ich halt nur noch solche Dinger bekommen, endlich. Mal. Das ist gut. Also, wir haben einen relativ guten Start. Herzcontainer, ein Schildhammer. Und den Gemsack. Das ist schon nice. Bin ich ehrlich mit euch. Da kann man schon was mit machen. So. Hm. Ich hoffe, wir finden halt noch ein paar Geheimnisse. Oh, 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 oh. Hm. Fackel. Fackel. Ich fackel hier nicht lange. Was. Ein Wortwitz. So. Herzchen lass ich erst mal liegen. Okay. Da geht's nach rechts. Äh, nach links. Hm. Pap, 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 ba. Na. Und da geht's schon wieder in die nächste Etage. Tja. Keine Ahnung. Vielleicht hat's hier noch ein Geheimnis gegeben. Irgendeine krasse Wand oder so, ne? Man weiß es nicht. Aber hier war nix. Okay. Ja. Cool, dass du als erstes da bist. Aber dich brauchen wir tatsächlich gar nicht. Da gibt's theoretisch nix zum Bomben. Wir gehen erst mal nach oben. Oh, oh. Zack. Zack. Vier Schläge, ey. Ah, das tut weh. Vier Schläge. Oh, ja. Yes, 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 yes. Zehn Rubine. Was ist das denn? Aber das Schwert. Oh. Geil. Oh, Leute. Das. Das ist gut. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass wir das jetzt finden. Aber jetzt haben wir schon ein Level-2-Schwert und ein Schild und eine Tasche. Bin begeistert. Pfeile haben wir auch. Falls wir einen Bogen bekommen, könnte ich mir darauf vorstellen, mal zu gehen. Für diesen Run. Da wir ja sehr vorsichtig spielen müssen. Sonst haben wir eh keine Chance. Okay. Wir waren jetzt rechts. Wir waren oben. Hier gibt's noch einen steinenblauen. Falls wir was bekommen, sollten wir hierher zurückkommen. So. Hi. Zack. Baba. Ah, ich hab schon wieder ganz vergessen. Wir haben ja auch die coole Musik dann. Freu ich mich schon drauf. So. Federmäuse. Ja, der gibt mir Kohle. Und hier. Oh, viele Bomben. Einfach so, just for fun. Nehmen wir's mit. Hm, 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 hm. Ja, ich glaub, ich kann mal ein bisschen Wild-Gas machen. Einfach mal random versuchen, eine Wand zu schrengen. Okay, die sind heller an bestimmten Ecken. Aber hier haben wir jetzt gar kein Glück. Ich bleib, glaub ich, dabei und schieb einfach überall. Da ich scheinbar zu doof bin, das zu erkennen, welche Fake sind, welche nicht. Aber das müssen wir uns mal genau unter die Lupe nehmen. Tatsächlich. Tatsächlich. Hier mach ich jetzt mal random ne Bombe. Weil wir haben grad so viele. Aber, das hat natürlich nichts gebracht. So. Wir haben noch ein Gulli-Bears. Zack. Hm, 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 hm. Schade. Aber wie wir auch noch gar keine Heil-Items oder so haben, ne? So, zweiten Schlüssel haben wir auch schon. Okay, weiter geht's. Äh, äh, äh. Oh Gott. Warte, 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 warte. Equip. Ah! Nice. Das war richtig gut. Sehr schön. Das hab ich gut gemacht. Ja, also, Vegeta rockt das aktuell, ne? Wollten mal gucken. Didim, didim, didim. Ich mein, Vegeta ist ja ein Saiyajin, ne? Der erledigt das heute für uns. So, ne Schatzkiste. Ach, leider nur Geld. Über 100 Rubine freut man sich normalerweise sowas von krass. Aber nicht hier. Hier brauchen wir wirklich nur Items. Hm, 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 hm. Okay, aber wir kriegen direkt die nächste Schatzkiste. Ja, das ist auch was Schönes. Ein bisschen Heilung kann man immer gebrauchen. Okay, cool. Und hier aber vielleicht auch das Glück und kriegen eine Schatzkiste. Muss man mal schauen. Aber da ist es, guck mal, da ist auch eine sprengbare Wand. Und, hey, super. Also, wenn ich mir das jetzt genau angucke, sehe ich überhaupt keine Unterschiede. Heißt, theoretisch dürften die alle nicht zu schieben sein, richtig? Aber ich habe es wenigstens versucht. So. Yes, wieder Schatzkisten. Oh, ist das gut. Na? Ob es hier noch... Ach, kacke. Was hat man für einen Fluch? Okay. Okay, ja, ja. Ja, das wird... Das wird nichts bringen hier. Picking up, Herz. Hort. Also, ich darf erstmal keine Herzen aufheben, ne? Das ist quasi das, was damit gemeint ist. Und wir müssen 30 Gegner töten. So, die sollte ich jetzt nicht aufheben. Das ist tödlich. Eine tödliche Dosis. Oh, das ist gut. Viele kleine Gegner. Pfeile. Hallo. Tschü. Mina, was geht? Bitte lasst keine Herzen fallen, Leute. Okay, das war es schon. Ich gehe mal kurz nach unten. Ah, das ist ja eine böse Ecke. Komm mal her. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Nope. Alter, 400 Rubine habe ich. Ach, Mann. Hallo. Fett Mana. Wäre halt cool, wenn ich irgendwie so einen Ring bekommen würde oder sowas, ne? Für Herzchen. Das wäre geil. Das wäre richtig cool. Würde ich mega feiern. Okay. Hier geht's auch noch. Oh. Ja. Danke für nix. Oh, das wäre normalerweise wieder so ein guter Run geworden, ne? Aber, ja. Die Challenge kann's halt uns richtig wieder verkacken. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Schalter. Na gut. Wir sind doch ganz gut vorbereitet, finde ich. Und, ja. Ich werde die auf jeden Fall ohne Bomben machen, weil Bomben brauche ich. Okay, erst was daumen. Da, 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 da. Da, da, da. Ja, du hast doch ganz gut, oder? Ja, du hast doch ganz gut, oder? Hm, 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 hm. W sowas. Oh, hm, hm, hm. Ja, woll! Gut, also ersten drei Ebenen haben wir doch ziemlich gut bestanden. Jetzt geht halt der richtige Spaß los hier. Wir haben halt null Gems bis jetzt bekommen, ne? Das ist das, was mich, glaube ich, am meisten nervt, weil da kriegt man eigentlich gute Sachen für. Ah ja, stimmt, hier war jetzt auch random Mucke und ne Schatzkiste. Ja, okay, cool. Haben wir wenigstens mal was für unsere Kiste, aber war jetzt nicht der beste Jam. Bam, bam, bum, 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 ähm, okay, wir gehen nach oben. Und da gibt's direkt die nächste Schatzkiste. Natürlich. Ja! Wir können wieder Herzchen aufheben, Leute. Ja, geil! Level 2 Inventory. Oh, schön! Ich freu mich. Ich freu mich grad richtig. Okay, es geht grad in alle Himmelsrichtungen. Äh. Und natürlich kommen meine Lieblingsgegner. Aber das ist, das ist schon was Geiles, Leute. Also guckt mal, wir haben jetzt mega viel Platz. Wir haben... Ich bin begeistert. Richtig nice. So, wir gehen weiter nach links. Erstmal. Klatschen diese Fledermaus weg. Und merken, hier gibt es nix für uns zu holen. Schade. Und da ist der erste Schlüssel. Dö, 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 dö. So, ich hasse die Roten. Die Roten sind am schlimmsten. Von dem Blauen kann man wenigstens noch reden. Okay, nach unten komm ich grad nicht weiter. Das heißt, es ist ein Rückweg. Wahnsinn. Ich hab nicht einen Kingstone. Random guess. What? What? Das hab ich mir verdient, Alter. Ring of Bombs. Ja, okay. Ich mein, besser als sein Mana zu verbrauchen, ne? So. Let's go. Boah. Den hab ich mir echt verdient. Alter. Jawoll. Haha. Nicht schlecht. Jetzt können wir das öfter mal machen. Okay. Hier auch mal machen. Random. Was wär's jetzt gewesen? Da. Na. Du Penner. Haben wir hier noch jemanden? Äh. Einfach durch die Ratte durch. Schalter. Wo ist denn jetzt die Tür aufgegangen? Die? Yeah. Auch nicht die besten Steine, leider. Aber wir nehmen erst mal mit, was wir kriegen können. Ich mein, es ist zumindest erstmal ne Heilung oder so. Hm. Nach links. Bam, bam, babam. Jo. Wir könnten jetzt random wieder ein Guess machen. Ich mein, wir haben sehr viel Mana. Das ist halt... halt... Kacke. Dö, 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 dö. Ne, das glaubt... Das war sinnlos. Das war sinnlos. Uh, 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 uh. Aber hier hatten wir noch keinen goldenen, oder? Ich... Ne, ne, ne. Warte, warte, das war sinnlos. Ah, das war sinnlos. Okay, das war Rückweg. Das heißt, jetzt gehen wir sowieso hier... Ne, goldenen hatten wir hier noch gar nicht, ne? Auf der Ebene glaub ich nicht. Und gleich wieder ins Gesicht geflogen. Nervig. So. Wir sehen alle wieder gleich aus, finde ich. Okay, weiter geht's. Ba, 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 ba. Oh. Sehr schön. Okay. Hm. Düm, düm, düm. Jawohl. Und zack. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Raum. Uh, ja. Sehr schön. Ah, guck mal. Hier setze ich mal eine Bombe. Schade. Ja, ich hätte vorher gucken sollen. So, da haben wir auch theoretisch was zum Sprengen. Okay, gehen wir erst mal runter. Ba, 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 ba. Da ist eine Katzkiste. Potenzieller Stuff. Komm schon. Leider nur Geld. Aber wie geht, da hält das nicht auf. Keine Sorge. Dü, düm. Okay. Also da brauchen wir einen Schlüssel. Das heißt, da geht's wahrscheinlich auch offiziell weiter. Bam, 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 bam. Die Musik ist echt cool. Ich mag sie. So, warte mal. Wir haben hier aber eine sprengbare Wand. Und... Ne, das ist aber... Das passt nicht. Das passt nicht. Oh, oh. Sehr schön. Und zack. Nein. Das hat nicht geklappt. Aber so hat's geklappt. Okay. Pfeile. Und jetzt haben wir einen Schlüssel bekommen. Und jetzt müsste es theoretisch unten weitergehen. Großer Dungeon, ne? Oh Gott. Hä? Was soll das denn? Guck mal her, Kumpel. Ich leg hier mal eine Bombe hin. Aber war natürlich nur ein Random Guest. Ah, schön, ein paar Bären. Ja. Okay, füllt sich langsam. Wir müssen aufpassen. Geld. Kein Gnob braucht dieses Geld. Okay. Weiter geht's. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja, das ist... Ich glaube nicht, dass das springbare Wände sind hier. Hier geht's noch nach oben oder nach links. Hi. Tadam. Meint er? Nope. Meint man nicht. Ähm. Tadam. 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 So. Hier haben wir auch nichts mehr. Da. Ah, okay. Da geht's runter. Da glaube ich auch nicht, weil es geht ja in den rechten Raum noch nach oben. Deswegen denke ich hier so, ne? Aber was ist das für ein Raum? Hä? Einfach nix? Meint ihr, hier ist noch was? Na, komm. Ich will nicht ganz so verschwenderisch sein. Dumm, dumm, dumm. Auf geht's in Etage 5. Aber ich muss sagen, bis jetzt... Bis jetzt sind wir gut unterwegs. Bin sehr zufrieden bis jetzt. So, wir könnten theoretisch mal ein paar von denen jetzt nehmen. Wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen was zum Sprengen. Wir könnten hier nochmal... Ach, ich glaube aber nicht. Aber wir können es immer mal versuchen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ihr habt ja schon gemerkt, ich habe jetzt öfter mal ein Wild Guest gemacht. Und das ging richtig, richtig gut. Ein Steinstab. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Waffe. Gerade für die späteren Etagen könnte das nützlich sein. Oh, sehr schön, sehr schön. Nehmen wir natürlich auch erstmal mit. Das ist potenzielle Heilung. Okay, jetzt sind wir hier wieder draußen. Das heißt, hier links sind wir schon fertig. Hier geht's auch nicht weit, oder? Noch was? Das war's, glaube ich, ne? Ich laufe nochmal kurz ab, aber... Nö, das war's. Okay, war für den Schlüssel. Verstehe. So, weiter geht's. Aha. Ja. Mit dem kann ich leider nicht ganz so viel anfangen. Wir könnten mal ein Wild Guest machen. Oh, da ging's... Äh, da geht's da oben. Da geht's... Ah, da geht's da oben. Ah. Ja. Ja. Geil. Geil. So, Kompass. Ja, okay. Gibt auch keinen Shop. Logischerweise. Aber wir haben einen neuen Herzcontainer. Ist jetzt nicht das, was ich mir am meisten wünsche. Aber trotzdem nicht schlecht. So. Also wenn, dann ist hier rechts was. Aber ich glaub mal nicht. Döhm, döhm. Ich will halt jetzt auch nicht so super verschwenderisch sein, ne? Versteht ihr sicherlich. So. Mann! Okay. Vier! Vier Schatzkisten! Das ist ein echt Kackfluch. Warum kann ich denn nicht irgendwas mit Geld bekommen? Wo soll ich denn jetzt vier Schatzkisten auf die Schnelle herkriegen? Das war dumm. Okay, warte, 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 warte. Ähm. Ich schmeiß mal hier so ein Ding. So. Hätte auch ein Powerstern sein können, ne? Theoretisch. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Und wir müssen eigentlich schnell sein. Weil unsere Herzen gehen ja aktuell bergab. So. Jetzt gehen sie nicht mehr von alleine runter. Oh, warte mal. Hier geht's noch nach links? Ah, ne, da komm ich wieder raus. Okay, Krabby ist am Start. Sehr schön, danke. Hallo? Irgendjemand hier? Okay. Aber wir müssen gleich nochmal nach links. Denn da gehst du ja noch unten. Und einen Schlüssel brauchen wir ja auch noch. Das ist so nervig, ne? Dass die Herzen jetzt alleine runtergehen. Wir haben noch nicht eine Schatzkiste gefunden seitdem. Aber ein Schlüssel. Immerhin. So, okay. Herzchen, sehr schön. Äh, ne. Das ist halt wieder ein richtig ekliger Fluch. Und die Klinge sind auch wieder so hoch. Super nervig und eklig. Ganz ehrlich. Okay. Weiter geht's. Boah. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, das so zu machen. Okay, gehen wir mal nach rechts. Hier ist leider nix weiter. Okay, noch ein Herzchen. Ah. Trau ich nicht. Nimm trotzdem mit. Nö, 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 nö. Okay, theoretisch im Dorf bekommen wir dann genug, äh, Kratzkisten. Und wir sind jetzt auch im Dorf angekommen. Ja. Okay. Wir sind im Dorf. Im Dorf sollten wir theoretisch den Fluch wieder loswerden. Nö, nö. Ich mach' erstmal ein Stück Kaffee. Ihr meintet, das hier ist, äh, Pokémon Mystery Dungeon, oder? Diese Musik. Äh, hab' ich leider nicht gespielt. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber ich glaube euch natürlich. Äh. Geh mir noch ein Herzchen, aber mein... Hier gehen meine Herzen auch runter, oder? Von alleine. Ich hab' jetzt nicht drauf geachtet. Mal gucken. Ja. Das ist schon echt ekliger Fluch, ganz ehrlich. Und wir haben bisher, glaub' ich, noch nicht eine Schatzkiste geöffnet. Ja, immer noch vier. Aber gut, das ändert sich gleich. Wir sollten hier mindestens vier Schatzkisten haben. Ah, jetzt kommt wieder die schöne Musik. Natürlich 80 Rubine. Bitte lass mich irgendwo ein Upgrade bekommen. Irgendwo. So, wollen wir hier... Tauschquest-mäßig was machen? Oh, okay. Auch was Feines. Pa, 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 ba, ba. Du, 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 du... So, hier drinne gibt's nichts. Hä? Sah gerade so aus, als ob ich mich in die Wand klitsche. Aber ne, alles gut. So, hier war nix weiter drin, da ist nur die Frau, dessen Brief wir heute nicht mithaben. Ähm, Pfeiler. Ja, wie gesagt, einen Bogen würde ich, glaube ich, diesmal nicht von der Bettkante stoßen. Fände ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, hier ist die Oma drin. Ja, ich weiß nicht, ob ich die... Ich glaube, ich sollte noch nicht so viele Büsche kaputt machen. Sollten wir erstmal den Fluch vorm Hals schaffen, ne? Deswegen, ich mach mal schnell noch ein paar Kisten auf. Ah. So. Ja, Level 3 Schmerz, sehr schön. Ja. Geilo, meilo, Leute. So, eine Schatzkiste noch und dann ist der Fluch zumindest erstmal wieder weg. Das ist doch was Feines. Ähm. Okay, nochmal vier Bomben. Der Fluch ist gegangen. Das heißt, wir können jetzt wieder schön Büsche kaputt machen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Platz. Ähm. Jetzt sagen wir, wir gehen erstmal kurz gucken. Was wir hier Schönes bekommen. Ja. Okay, warte, warte, warte. Äh, dafür muss ich erst... Boah, ich dachte gerade, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ähm. Das ist ein Diamant. Das ist ein Diamant. Gar nichts bekommen. Ähm. Ich geh mal ganz kurz in den, äh, Brunnen. Den Wunschbrunnen. So. Wir können gleich auch noch die Hühner hochheben. Eine Schatzkiste haben wir noch. Ne, zwei Schatzkisten haben wir sogar noch. So, warte mal. Was können wir denn aktuell machen? Äh. Wir haben... Also, wir könnten uns, äh, Ring of Health holen. Das wäre eine Sache, die wir machen könnten. Ich werde aber als erstes, weil die hier brauchen wir halt wirklich nicht. Die, die erste Reihe. Deswegen, ich schmeiß die mal kurz weg, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann kriegen wir hier ein paar Dosen. Hä? So, ich wollte gerade fragen. Dann kriegen wir hier ein paar Dosen. Und theoretisch könnte ich die beiden, und dann kriege ich Ring of Health. Da haben wir eine Dauerheilung. Aber... Will ich das schon? Das ist halt die Frage. Äh, Hühner? Habt ihr ein paar Eier für mich? Nein, gar nichts. Dann gehen wir mal hier rein. Der hat ein Ei fallen lassen. Ah, ich hab's konsumiert. Nein! Ich wollte nicht konsumieren. Ärgerlich. Ey, du! Tschüss. Boah! 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 Das hätte ich mir mal in den anderen Runs gewünscht. 150 Rubine. Junge, Junge! 150 Rubine. Ja, da ist es nur noch eine Schatzkiste gewesen. Ich mein, wir haben ein Schwert bekommen. Das ist nicht schlecht. Aber ansonsten haben wir hier halt nicht mehr viel, ne? Ich mein, wir können uns überlegen, ob mal aus dem Buch halt... Ach, ich glaub nicht. Ich glaub das... Ja, ich glaub ich lass das liegen. Ach so, die haben wir auch schon geholt, die Schatzkiste. Ups! Bin ich doof? Ja, da haben wir alles, ne? So, das droppe ich. Hä? Ja? Brauchen wir nicht mehr? So... Ich könnte noch so einen Trank konsumieren und ich könnte mir noch den Ring of Health holen. Soll ich das machen? Ich weiß nicht, den Diamanten bräuchte ich halt vielleicht. Weil der wird halt, wenn ich einen Rubin bekomme oder einen Saphir, dann könnte ich mir halt ein Schild oder so holen. Ja, ich lass es erstmal. Ich lass es erstmal. Ist mir... To risk. So, her damit. Alter. Okay. Also... Als nächstes wird es halt echt schwierig, den Bossfight zu meistern, ne? Da muss ich echt aufpassen. Aber wir haben zumindest ein Schild. Das ist ein kleiner Trost. Und wir haben relativ viel Heilung. Die Pfeile kann ich halt auch noch wegschmeißen. Notfalls. Guck mal erstmal... Oh Gott. Wie dumm. Sorry. Guck mal erstmal, was jetzt passiert. Okay, let's go. Wir gehen erstmal nach unten. Zumindest haben wir das Level 3 Schwert. Das ist doch wenigstens ein bisschen was wert, oder? Wahnsinn. Das wird jetzt so schwer werden, Leute. So, wie ich aufs... Aufs Wall bekommen, ey. Kann ich direkt mal eine... Eine benutzen. So, und hier... Äh... Benutze ich direkt nochmal den. Gehen. Und ich glaub ich nehm... Ja, ne, warte. Ich nehm den mal dazu. Ist hier irgendjemand am Start? Nur so kleine ekelige Hitsche. Yes. Lieb ich. Geil. So, Mana nehm mal mit. Da 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 da... Zack. Zack. Ah, 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 ah. Okay, tot. Tot. Wild Guess. Aber war nix. Schade. Äh... Was ein Sound, ey. Mh... 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 Baa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Das könnte was sein. Bitte, bitte! Yes! Komm Schatzkisten. Okay. Guck mal wie viel Kohle wir haben, ey. Mh... Das tut schon wieder so weh. Okay... Machen wir mal so und nehm mal die Digger dazu. Ah. Ah, das war dumm. Der gibt mir ja nur Kohle. Ja, das war richtig dumm. War aber meine eigene Schuld. Dumm, dumm, dumm. Äh. Ja, das bräuchte ich halt noch äh, gut, wir haben Platz im Inventar, ja. Aber ich bräuchte noch einen Bogen. Kann ich also einen Bogen bekommen? Geil. Oder zumindest nicht schlecht. Ich glaube, ich geh nochmal drüben rein. Hä? Und hol mir noch die Fee. So. Wir haben jetzt den Schalter umgelegt, ne? Das heißt, jetzt kommen wir hier vielleicht weiter? Okay, wenn wir einen Schlüssel haben, kommen wir da weiter. Äh, ich mach hier schon mal wieder ein Wild Gas. Also, ja. Ja, 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 ja. Ja. Leider nicht so gute Sachen, ne? Leider nicht so gute Sachen. Komm mir hier wieder. Ja. Wusste ich doch. So, Blaubeeren. Okay. Heinung kriegt man gerade ein bisschen. Und Pfeile kann ich mittlerweile auch wieder ein bisschen sammeln. Das ist auch nicht schlecht. Gut. Weiter geht's. Hier gibt's doch bestimmt wieder so Sandtypen. Die meinte ich zwar nicht, aber, ja. Das sind auch Sandtypen. Hä? Kommt er denn jetzt her? So, ich mach hier nochmal ein Wild Gas. Aber natürlich ist hier nix. Ganz ruhig, meine Kleine. Ganz ruhig. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Hemmungslose Bewegungen. Tisch. Okay. Ist das auch ein bisschen eklig? So, okay. Okay. Hm, 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 hm. Ach, Mann. Wir haben echt kein... Ah, Glück. D, 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 d. So, jetzt müssen wir wieder nach oben gehen, ne? Man, ich hatte echt gehofft, wir kriegen vielleicht noch irgendwas Rüstungsmäßiges. Obwohl wir schon ein paar Geheimgänge gefunden haben, war halt wirklich nicht so richtig was Geiles dabei, ne? Das war jetzt auch nicht wirklich geil, was ich gerade gemacht hab. Ich glaube, ich hätte hier einen Ring of Health mitnehmen sollen, ne? Hm. Naja. Hm, 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 hm. Ich glaube, hier würde ich einfach mal schnell durchlaufen. Ach, kacke. Da kommt schon wieder einer. Ähm. Hm? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Oh Gott, ey. Leute, ich hasse es. Die kriegen so einen abgefahrenen Schaden. Ist ja der Wahnsinn. Okay, warte, warte, warte. Ich nehm jetzt mal, weil wir haben da gerade was zum Aufladen. Zack. Hm, hm. So. Nächst mal ein bisschen aufladen. Und weiter geht's. Äh, haben wir hier was? Ich seh hier wieder nix, ne? Hallo? Ich glaube, wir haben hier nix. Oh, ein Bonbon. Ja, komm, das nehm ich mir gleich mal mit. Ja, ansonsten scheint hier wieder nix zu sein. Na, na. Ich mach hier nochmal ein Wild Gas mit einer Bombe. Aber auch da hatten wir kein Glück. Okay, als erstes. Hauen wir mal den Kollegen weg. Oh, kacke. Yay, Herzchen. Okay, weiter geht's. Äh. Lolli. Lolli. War jetzt nicht die beste... Uh, der hat mir in meinen Stab geklaut. Die Sau. War jetzt nicht die beste Bombe, die ich geworfen hab. Uh, das ist gut. Den nehm ich auf jeden Fall mit. Ähm... Und die Frage ist, was legt man dafür weg? Ich glaub, ich leg das Ding dafür weg. Heilung kann ich, glaub ich, grad in jeder Hinsicht gut gebrauchen. Und das Ding... Ich komm gleich wieder und dann nehm ich's mit. Ah, jetzt könnte ich mir auch den Ring of Health holen. Ja, ich... Ich muss es, glaub ich, machen. Erstmal spare ich Platz und außerdem Ring of Health, ne? Ist halt einfach... Ein gutes Ding. So, Inventory ist voll. Mhm. Dann kann ich den anderen Stein auch theoretisch wieder mitnehmen. Ähm... Ja. Was leg ich denn jetzt weg? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaub, ich würd hier nochmal meine Bomben voll machen. Und dann dropp ich den und nehm mir den mit. So, das hier verbrauch ich gleich. Den kann ich mitnehmen. Also wir müssen halt jetzt wirklich immer aufpassen, was wir machen, ne? Und müssen ein bisschen klug handeln. So. Das war wirklich ziemlich gut. Bin sehr zufrieden mit meiner Bombe. Und jetzt hab ich auch wieder einen Platz frei. Und jetzt kann ich mir den Lolli noch mitnehmen. Also wir haben sehr, sehr viel Heilung. Ich hoffe... Ich komm damit... Im Bosskampf ein bisschen aus. Ich mach hier mal random. War mir irgendwie klar, dass das nichts bringt. Äh... Und würde mal den Stab jetzt vielleicht ein bisschen vermehrt benutzen. Erstmal... Hier ist auch schon der Boss. Okay, haben wir hier vielleicht an der Wand noch was seitlich? Ne. Das sind nur Stacheln. Okay. Boss-Time, Leute. Boss-Time. Ich glaub, ich würd... Als erstes die Fee werfen. So, ich hab ein bisschen Angst vor dem. Okay. Ja, das war schlecht. Das war auch richtig schlecht. Kacke. Beide Feehne eingesammelt. Bam, bapapam. So, als nächstes... Das hier. Bolli? Bolli? Schlecht einfach nur. Ja? Ich glaub, jetzt würd ich den Ring benutzen. Okay, ein Hammer. Zwei Hammer. Wenn's einer ist, ist es einfach, ne? Wenn man blocken kann. Okay, geil. So weit waren wir in dieser Challenge noch nicht. Muss man dazu sagen. Aber es wird jetzt halt auch immer schwieriger, ne? Wie geht der? Yeah! Ja! So, Etage 8. Haben wir da Bock drauf? Nö. Machen wir's trotzdem? Klar. Let's go. Okay, äh, ich geh auf jeden Fall erstmal wieder auf die Dinger. Ich sag mal, wenn das bis in die 10 schaffen, dann kriegt man auch noch ein bisschen Upgrades, ne? Das, äh, könnte... Okay, das ist ein schöner erster Raum. Der ist simpel. Oh. Hm. Hm. Gar kein Bock auf die. Hm. Oh, machen die Schaden. Uh. Ach so. Da war ja was. Yes! Jetzt hab ich natürlich das ausgegeben, ne? Okay, warte mal. Den blauen. Ich hab jetzt den Saphir bekommen. Und ich habe... Ähm. Ja, ich bräuchte halt einen Smaragd oder einen Diamanten. Dann könnte ich mir ein Upgrade holen. Ansonsten hätte ich jetzt nur die Lampe, die ich mir holen könnte. Ja, die ist halt geringfügig, gut. Aber es ist ein Anfang. Ich renne hier, glaub ich, einfach durch. Ich renne hier, glaub ich, einfach durch. So, ich hab den Schalter umgedreht. Wofür war der? Hä? Hatten wir hier oben was? Ach ja. Ich hab gar nicht gesehen. Ups. Also den... ...auf jeden Fall weg. Gar kein Bock auf den. Und dann latschen wir hier einfach durch. So. Okay. Ja, ich glaub... Herzchen. Okay, ich geh jetzt mal nach oben. Ähm. Scheiße. Nein. Okay, ich leg hier mal ne Bombe hin. Leider nix. Ähm. So. Ba, 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 ba. Ja. Ich will da nicht hin. Da noch ein Geheimnis ist? Ne. Geh weg. Geh weg. Ah. Oh Mann. Oh Gott. Toll. Danke für nix. Liebes Spiel. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ähm. So. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab... Ja. Oh, ich kann die auch versteinern. Hm. Das wüsste ich nicht. Okay, cool. Good to know. Okay. Okay, Herzchen. Sehr schön. Flüttel. Weiter geht's. Äh. Ja genau. Jetzt ist es hier wieder zu. Und wir können nach oben weiter. Heureka. So. Yes. Schatzkisten. Lauf nicht so rande. Lauf nicht so random. Mann. Okay. Manaflasche ist quasi wie Heilung. Und das Ding brauch ich halt auch gar nicht, ne? Ist das nervig. Okay. Und ich gönne mir noch ein paar Herzchen. Die Versteinerung wird noch nicht aufgehoben, oder? Ich hoffe nicht. Sehr schön. Hier könnten wir mal eine Bombe legen. Einfach, weil ich gerade wieder viele hab. Ey, geil. Oh, bitte. Ein Rubin. Was? Ja. Geil ein Schild. Auch schön. Und zum Kompass. Naja, den brauch ich eher nicht. Aber der Schild. Der. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Boah, mit dieser Ausrüstung tut das alles so weh hier, ne? Das ist so schlimm. Töden. Ja. Äh, tschüss. Was mach ich denn? Was mach ich denn? Tschüss. Tschüss. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Okay, das ist ein ruhiger Raum. Der gefällt mir. So. Immer schön mit der Ruhe. Äh, komm. Ich rüß mal das letzte Ding hier noch. Ich rüß mal das letzte Ding hier noch. Das ist mir egal. Okay, wir haben hier wieder einen Brunnen. Einen Brunnen. Wir könnten uns ein bisschen Heilung holen, glaube ich. Äh, anhand von den drei Dingern. Ich guck mal ganz kurz. Ja, zweimal gelb hätte ich ein bisschen Feuer. Ich würde, glaube ich, gelb und den nehmen einmal. Zack, da bekomme ich nämlich ein bisschen, ja, Soda oder sowas. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ah, jetzt mal ein Schluck Kaffee. So, da können wir uns nämlich ein bisschen heilen. Zumindest ein bisschen, ne? Ich bräuchte jetzt irgendwie noch einen besseren Stein hierfür. Dann, ja, könnte man da, glaube ich, noch was draus machen. So, Steinstab. Schnell weg hier. Oh Gott, ey. So, hier unten könnten wir mal eine Bombe legen. Nö. Oh. Mann. Schade. Hm, grün habe ich auch nicht. Leider. Ich will aber auch ein bisschen Bomben sparen. Das ist halt die Sache, ne? Weil wir bekommen halt später noch... Naja, aber... Boah, ich brauche richtig viele Bomben, überhaupt da hinzukommen, ne? Zu dieser Schatzkisten-Zeug. Ich glaube, das können wir uns eigentlich abschminken. Kacke. Also in der Zwergmine meine ich jetzt. Aber ein paar sollte ich trotzdem aufheben. Wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, sollte ich, glaube ich, keine Bomben mehr legen. Damit wir aufheben... Nein. Etage 10 noch was machen können. Ja, das war jetzt dumm. Ja, das war jetzt gerade so aus dem... aus dem Geflex raus. Ja. Mann. Scheiß Kabel. Keiner braucht ne Kabel. Äh. Okay, es kommt, glaube ich, so ein Teleporter. So sieht das zumindest aus. Auf der Karte. Vergess es. Ich streike. Oh. Haben wir jetzt sicherlich einen... Power-Stern? Alter, was ist das denn? Nö. Wir haben hier keinen Power-Stern. Wahnsinn. Hier mal noch einen Durchgang. Ich bin hier schon wieder komplett am Verzweifeln. Okay, warte, warte, warte. Ich muss hier ein bisschen versteinern. Hey, schießt das wieder. Kacke. Okay, ist ja auch egal. Der ist versteinert. Kann das sein, dass hier vielleicht ein Power-Stern ist? Das sind auch schon wieder so viele Gegner. Sehr schön. Oh Gott. Ich glaube, ich muss hier sowieso alle Gegner töten, ne? Sieht zumindest gerade für mich so aus. Wohl das Ding versteinert ist. Aber ich kann es kaputt machen, wenn es versteinert ist. Alles klar. Good to know. So, okay. Cool, cool, cool. Oh Gott sei Dank, ey. 1500 Robine. Man liebt's, oder? Okay, warte, warte, warte. Das ruft noch an einem Steinstab. Zack. Dam, da, dam. Okay, hier unten. Ba, 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 ba. Und das ist der Rückweg. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich müsste aber jetzt tatsächlich noch einen Raum finden, wo ich... Da ist auch noch ein Raum. Ist das der Raum mit dem Schlüssel? Ich glaube schon, ne? Jo, 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 jo. Okay, cool. Cool. Äh... Random? Oh, warte, das ist gar nicht so random, glaube ich. Könnte sogar was sein, ne? Schade. Hätte sein können. Okay, was haben wir hier? Ich habe auch noch daneben geschossen, Alter. Ah... Ärgerlich. Okay, warte mal. Hier bin ich schnell weg. Einfach wegignorieren. Nein! Hä? Ich habe durch den Schalter gedrückt. Habe ich den aus Versehen zweimal gedrückt? Äh... War der nicht hier, der Schalter? Nee, der war oben. Ach, kacke. Ah, da ist die Tür zugegangen. Okay, ich muss da nochmal durch. Ach, bang. Ich mache schon wieder nur Scheiße. Nee, hier ist er. Nee, hier ist er ja. Irgendwie wurde der zweimal aktiviert, glaube ich. Okay. So. Mauer. Mauer. Jetzt aber. Und rein da. So, das hier ist nix. Hier kann auch nix sein. Theorie. Zack, 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 zack. Okay. Hier könnte etwas sein, aber ich glaube nicht. Das ist ein Kackvieh, ne? Da ist noch einer. Alter! Was zur Hölle? Du Dongo. Mann. Okay, wir haben keinen Mana mehr. So, haben wir hier noch irgendwas? Sieht auch nicht so aus, als ob ich jetzt hier noch irgendwas wegsprengen könnte. Ich, äh, mach mal so. So, hier. Komm, ich mach so. Bis er zumindest versteinert. Dann kann ich mich hier nochmal in Ruhe umsehen. Das waren Zurbine. Hier könnte halt was sein, ne? Auf beiden Seiten könnte was sein. Ne, hier nicht. Okay, eine Etage noch, dann kriegen wir wieder ein bisschen Upgrades. Aber es wird doch mal... Oh ja, 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 ja. Her damit. Bitte, bitte, bitte kein Geld. Bitte kein Geld. Ich will nur Items. Komm. Wüstung. Wüstung, Schwert. Bitte. Okay, Umhang ist auch geil. Und chill. Nice. Nice. Sogar Platz sparend hier. Ähm, Drop. Ja, das kann geil sein. Ich hab halt so viele Mana-Fresse aktuell. So. Mhm. Okay, tschüss. Ich hoffe halt nicht, dass die irgendwo noch einen Schlüssel dabei haben. Diese Gegnerchen. Och Mann. Warum denn? Es endet, glaub ich, bald mit mir, Leute. Hääääh. Da-da-da-da-da-da Alter! Jo! Übertreibt! Ah, die alten 5 Schläge aus! Was ne Kacke! Oh, schön, schön, schön! Äh... Doch nicht so schön. Naja. Oh, die haben sauviel Damage. Okay. Wollen wir hier mal ne Bombe legen? Ich glaub nicht. So... Was ein Scheißraum! Okay, cool. Ach, Mann! Wieder nur Geld! Kein Glück hier! Okay, warte. Ich bash mich mal hier kurz durch, durch die. Okay. Das müssen ja ultra viele schon wieder sein, ne? Ja. Das wird super lästig werden. Das wird super lästig werden. Okay, jetzt sind wir hier und jetzt können wir theoretisch direkt hier hoch. nach links. Oh, Mann! Nach links! Ja, genau! Was ist das für ein Scheiß? Ah, schnell weg hier! Wo muss ich denn jetzt hin? Hilfe! Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich geh einfach mal zurück, ja? Obwohl mir der Rückweg jetzt auch nicht so sicher erscheint. Okay, hier links war ich noch nicht. Äh... Oh! Hier war ich noch gar nicht, ne? Doch hier war ich schon. Aber hier war ich noch nicht. Okay. Ich geh mal hier hoch. Und erkunde mal neue Gefilde. Ah. Sehr schön. Okay. Das ist der Rückweg. Das heißt in dem Raum г… In dem Raum hier muss es glaube ich noch weitergehen noch. Ja, nach unten. Ich hoffe es gab nur einen Schlüssel. So, ich nehm den mal noch mit. Auch wenn ich aktuell eigentlich Mana-Probleme habe. Oh Gott, was ist das schon wieder für ein ekelhafter Raum. Lass mich in Ruhe. Okay, hier unten lege ich mal eine Bombe. Als Wildgas. Schade. Muss mal so ein bisschen machen. Okay. Da-dum, da-dum. Einmal durch. Die Mitte. Yeah. Dü-dü-dü-dum. Ja. Das ist doch. Nice. Leute, es wird langsam. Wir werden immer stärker. Hey, du. Eingeschlafen. Sehr schön. Oh, ja, 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 ja. Oh. Schon wieder? Warum? Okay. Hä? Äh. Er kann halt für die Zwergenmine geil sein, der Ring. Wenn ich genug Mana hab. Hä, jetzt hab ich schon wieder so ein Ding? Ah, ja. Doch, ergibt Sinn. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. Hammer? 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 Oh, sehr schön. Hammer? Okay. Okay. Ähm, Hammer hier irgendeinen, der ein bisschen anders aussieht. I see no difference. Ah, okay. Ja, ja, ja. Wenn man sich den jetzt anschaut, sieht das wirklich ein bisschen anders aus. Seht ihr das? Da oben ist ein Pixel weniger. In der Ecke. Ja, okay. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Ich soll 50 Gegner töten und so lange sind die halt stärker. Leute, das war's. Ich hab mein Todesurteil gerade besiegelt. Wie soll ich das denn schaffen? Wir sind jetzt stärker, halten mehr aus. Und ich bin selber voll der Luni aktuell. Wenn jetzt ein falscher Raum kommt, bin ich im Arsch. Aber sowas von. Ja, das könnte schon so einer sein. 50 Gegner, Alter. Wie viel gibt's sogar nicht mehr auf der Etage? Warum 50, ey? Was ist das für eine subtropische Zahl? So, jetzt wünsche ich mir einen Raum voller kleiner Gegner, bitte. Ach du Scheiße, ey. 50, ja. Das ist schon so ein Scheißraum. Okay, wenn die jetzt so häppchenweise kommen, ne? Dann ist das vollkommen okay. Komme ich mich klar. Alter, guck dir an, was der Schaden gemacht hat. Ist da noch was? Möglich, dass da unten vielleicht noch was ist. Ja, wir halten jetzt auch drei Schläge aus, ey. Hallo? Ich muss halt Gegner töten, ne? Das ist das Nervige. Es kotzt mich so an, ne? Dass ich jetzt diesen Fluch bekommen hab. Es lief so geil. Und dann bekomm ich diesen Fluch. Das ist, glaub ich, der heftigste Fluch, somit den ich bekommen hätte können jetzt. Was soll das denn? Und dann nur sowas hier. Okay. Hm, auch nix Schade Ja, okay Will ich den Raum noch mitnehmen? Ich sollte glaube ich so viele Gegner töten, wie noch geht, oder? Ei, 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 okay Wir haben mal wieder ein neues Kapitelchen erreicht, Leute Mhh Ich hoffe, wir bekommen ein paar gute Edelsteine. Also, pass auf. Ich lege jetzt hier eine Bombe. Oh, yes. Oh, das ist schon sehr, sehr geil. Okay, warte mal. Was kann ich denn daraus machen? Ich könnte mir halt noch ein Schild holen. Noch einen stärkeren Schild. Ich glaube, das will ich auch machen. Na, die beiden hier. Ich glaube, das mache ich. Das mache ich sogar direkt. Äh, zack. Müsste ich ein Schild bekommen für. Ja, der letzte Goldschild. So, jetzt haben wir fünf Rüstung. Das ist schon sehr, sehr viel für den Durchlauf, glaube ich. So, und jetzt hoffe ich... Wir bekommen bei dem restlichen Zeug auch noch was Geiles. Äh, warte mal. Ich, äh... Gebe erstmal den hier schnell ab. So, das ist jetzt ein Edelstein. Der kann mir halt echt helfen. Ich hoffe, ich bekomme ein Schwert und eine Rüstung. Oder Handschuhe. Irgendwie sowas. Bogen würde ich, glaube ich, jetzt auch gar nicht so schlecht finden. Ah, geil. Geil. Okay. Wir haben richtig geupgradet. Nice. Nice. Ich glaube, dass das Amulett, was Flüche aufhebt, wäre jetzt auch richtig geil. Kann ich mir das zufällig holen? Ja, 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 ja. Das kann ich mir holen, Leute. Ich glaube, das sollte ich tun. Ich glaube, das sollte ich tun. Oh. What? What? Ich kann mir vielleicht sogar zwei geile Sachen holen. Uh, nice. Okay. Wir sollten es mit der jetzigen Ausrüstung eigentlich schaffen... Hier ist jetzt wahrscheinlich auch nichts drin, oder? Ne. Alles leer. Wir sollten es mit der jetzigen Ausrüstung eigentlich schaffen... ...zu den Schatzkisten zu kommen. Zumindest zu denen. Ich darf nur keine Bombe falsch legen. Ähm, wartet mal. Ich suche mal kurz das Bild raus. Das habe ich irgendwo auf dem Handy gespeichert. Äh, ihr wisst ja, normalerweise muss man sich das, äh, da holen durch eine extra Sprengung in der Wand. Aber das ist ja jedes Mal das Gleiche. Deswegen... Warum sollte ich das tun? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Da ist es. So. Wir fangen hier an. Also ich... ...mach erst mal sieben. Brauche ich, glaube ich, mindestens. So. Äh, zehn, sieben. Also hier. Schön aufpassen, nix falsch machen. Jetzt haben wir wirklich... Äh, wenig Ressourcen dafür. So, dann haben wir eine Fünf. Das würde ich vielleicht... ...hier. Dann haben wir die Drei. Die ist direkt hier. Nochmal eine Drei. Dann haben wir die Vier. Oh, ich weiß nicht. Krieg ich noch drei Bomben? Vier ist hier. Ich glaub, ich hab eine Bombe zu wenig. Scheiße. Okay. Haben wir... Kann ich irgendwie Mana organisieren mit denen, was ich hab? Warte mal kurz. Kann ich da irgendwie Mana holen? Ja, geil. Ich kann Mana holen, Leute. Oh, ist das gut. Ich kann Mana holen. Ich hoffe, ihr fiebert grad richtig mit, ey. Wie gesagt, das ist grad... ...absolut die Hölle hier, dieser... ...dieser Run. Äh. Das ist der schwerste Run, den wir bisher hatten, auf jeden Fall. Okay, pass auf. Ähm... Ich kann mir Mana holen. Das ist ziemlich geil. Und zwar... ...mit dem, ne? Genau, und dem. Krieg ich sogar zwei Flaschen. Oh, schön. Das heißt, ich kann mir theoretisch sogar alle holen. Alle Schatzkisten, die noch... ...die da noch übrig sind. Das ist ja sowas von gut. Oh, ist das gut, Leute. Ich freu mich. So, pass auf. Wir schmeißen den hier rein. Und schmeißen den hier rein. Und kriegen einen Mana. So. Und dann konsumieren wir gleich eine Flasche. Und, äh... ...holen uns noch ein paar Bomben. So. Bababa. Und dann folgen wir nochmal dem Pfade. Ja, und damit können wir uns alle Schatzkisten holen. Geil! Eine komplette Ausrüstung. Das ist auch schon geil, dass wir aktuell auf 5,5 sind. Das ist super. Das ist so gut, dass wir auf 5,5 sind. Wahnsinn. Wir müssten nur bis zur Garnim kommen, Leute. Nur. Haha, sagte er. Er sagte nur. Okay. So. Also das ist bisher wirklich die heftigste Prüfung, die wir hatten. Okay. Jetzt 1 Uhr. Dann haben wir nochmal 8 Uhr und 12 Uhr. Äh... 8 Uhr. Und 12 Uhr. So, dann haben wir nämlich die Schatzkisten schonmal. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Schön ist. Ja, das, was ich nicht brauche. Ja, das, was ich nicht brauche. Oh, das ist geil. Da kann ich mir noch ein Schwert holen. Das ist auch geil. Ja, okay. Zwei Edelsteine. Sehr schön. So, jetzt gehen wir wieder ins Mana-Universum. 1, 2, 3. Ich hoffe, das reicht schon. Ich glaube nicht. Und zwar müssen wir hier jetzt anfangen, ne? Zack. Ich glaube, wir brauchen 4 oder 5 Bomben. Äh. Oh, oh. Ich bin mir gerade nicht sicher. Scheiße, ist es rechts oder ist es runter? Ich glaube, es ist runter oder dann rechts. Ich glaube, es ist so. Jetzt wieder rechts. Und dann nochmal runter, ne? Ja, okay. Eine Bombe noch. Geil, oh. Aber ist doch geil, dass wir den, äh, Ring of Bombs nochmal bekommen haben. Sehr schön. So. Ja, gut. Damit kann mich zwar gut Gegner töten, aber der, äh, Stab of Health wäre mir, glaube ich, lieber gewesen. Ich glaube, der wäre besser gewesen. Okay, cool. Aber ich bin sehr zufrieden. Frage ist, hat sich das jetzt gelohnt, hierfür nochmal Bomben auszugeben? Ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Mana. Heilung ist halt komplett im Arsch. Davon haben wir auch keinen. Wir haben nur einen roten, ne? Ja. Schade. Okay, was können wir machen? Ähm. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir jetzt zusammenbasteln. Also. Wir haben zweimal die schwarzen Dinger. Dreimal. Das heißt, wir könnten uns ein Schwert-Upgrade holen. Blau. Jo. Eine Rüstung. Alter, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Pass auf. Wir machen als erstes den hier. Alter. Wir löschen erstmal unseren Fluch runter. Pass auf. Das Ding, bam. Unser Fluch ist weg. Wie nice. So, pass auf. Dann schmeißen wir die hier rein. Dann kriegen wir noch ein Schwert. Alter. Geil. Geil, geil, geil. Das läuft. Yeah. Das Bloodsword. Und dann schmeißen wir die beiden rein. Dann kriegen wir noch eine Rüstung. Hä? Wie geil. Zack. Sechs Rüstung. Boah. Jetzt haben wir richtig geupgradet. Und wir sind im blöden Fluch los und kriegen auch keinen mehr, weil wir das Ding haben. Ich glaube, ich bin happy. Das droppen wir. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir halt echt aufpassen. Wir müssen jetzt irgendwie wieder versuchen, ein bisschen auf den Nenner zu kommen, was Leben angeht. Wir haben jetzt nicht mehr so Kapazitäten. Wir müssen jetzt halt wirklich aufpassen. Heil Items brauchen wir ganz dringend. Ich glaube tatsächlich, wir werden hier versagen. Glaube ich ganz sehr. Aber lass mal gucken. Ich nehme mal den Stab hier. Okay. Aktuell leider gar nicht so ein Ding, was ich brauche. Zumindest nur zwei Schläge, dann sind die tot. Aber keine Herzen. Oh nice, noch ein Diamant. Das gibt es noch nicht. Okay, ich glaube, ich komme später nochmal wieder. Ich gehe jetzt mal nach oben. Okay, wir kriegen eine Heilung. Nein. So, die pfeife ich mir gleich mal rein. Okay, weiter geht's. Ah, geh weg. Mann. Keine Heilung. Rubine. Kein Mensch braucht Rubine. So, den Schlüssel nehmen wir mit. Und dann geht's hier nach oben. Ja, schön. Soll ich da noch warten? Ich glaube, ich warte noch. Jetzt sind wir ja gerade doch ganz relativ gehealt. Im Notfall kommen wir nochmal zurück. So. Da ist er wieder. So, der Kackwurm. So, wir haben einen Schlüssel. Jetzt würde ich mir gerade doch eher die neue Lampe wünschen. Aber ich glaube, dieser Wunsch bleibt uns erstmal verwehrt. Ich hasse diese Viecher so sehr, ne? Die sind so random. Da kannst du warten, wie du willst. Ah, die kann ich jetzt wegfetzen, ey. Hallo? Hallo? Hm. Hier? Machen wir mal. Ich hab ja keine Bomben. Ich hab keine Bomben. Uh, sehr schön. Sagt der und rannte in das Vieh. Hallo? Meine Fresse. Okay, zwei Schläge. Wir kriegen nicht mehr ganz so viel Schaden. Das ist nett, aber ich bin einfach dumm gerade. Alter. Okay. Leben. Junge, ich hasse die Viecher. Fusion. Ha! Tju! Bitte kein Fluch. Achso, ist ja egal. Uh, der Bogen. Und ein Bomben-Bag. Das heißt, wir kriegen schöne Slots jetzt. Ah, schön. So, das Ding kann ich weglegen. Oh, Leute, wir kriegen gerade richtig schöne Items, ne? Ha! Das, was ich nicht brauche. Sehr schön. So, wo ist der letzte? Zack! Ha! Okay. Wir könnten jetzt... Wollen wir zur Fee? Komm, wir gehen jetzt nochmal... Wir gehen nochmal schnell zur Fee. Ich... Boah. Fast in den Stacheln reingelauscht. Ich will jetzt keine risikoreichen Sachen machen. Und es läuft gerade wieder teilweise. Okay, ist egal. Wir gehen zur Fee. Wir müssen auf dem Rückweg aufpassen. Alter Falter, Leute. Das wird... Äh... Das ist heftig hier. Ist das heftig. Vor allem die Rubine. Guckt euch unsere Rubine an. Und wir können halt nichts damit anfangen. Stellt euch vor, wir hätten Shops gehabt. Wir hätten jetzt auch mega geile Items. Ah. Aber wir haben schön viele Pfeile. Das gefällt mir. Hat sich gelohnt, dass wir das doch alles mit durchgezogen haben und gesammelt haben. Bin ich jetzt doch ganz happy. Denn, äh, ich... Ja, ich... Bin ehrlich. Ich freu mich mal über Pfeile. Sonst ist das immer für mich so ein... Komm, schmeiß weg das Zeug. Braucht eh keiner. Ist nur Müll fürs Inventar. Aber jetzt... Bin ich mal ganz happy, dass wir das haben. Okay. Ich hätte das Ding auch kaputt machen können, ne? Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, dass wir jetzt... ... solche Teile zerschlagen können. Diese Stacheldinger. Das ist schon wieder so anstrengend, ey. Ey, Jungs. Nervt mich nicht. Okay, da habe ich wenigstens ein Herz bekommen. Zack. Okay, ich habe irgendwas zerstört, glaube ich, gerade. So, warte. Die haben alle... Okay, okay. Okay, die sind alle... ...nicht... ...echt. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier geht's nach links. Ne? Kein Herzchen. Für mich. Und schon wieder kein Herzchen. Und ein Treffer. Da geht's noch weiter. Es geht nach oben. Es geht in alle Himmelsrichtungen. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Scheiter. Hier gibt's ein Herzchen. Die können natürlich nach Timbuktu schießen. Oh Gott. Hallo. Na? Haha. Okay, cool. Och, da lebt noch einer. Nice. Ich glaube, das war schon mal ganz gut, dass ich die weggehauen habe. So, und hier geht's auch noch weiter. Ja. Fackel. So, haben wir hier irgendwas? Ne. Äh, haben wir hier irgendwas zum Verschieben? Ich guck mal ganz kurz. Ne, 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 ne. Nö. Okay. Schalter haben wir umgedreht. Das heißt, wir können jetzt hier oben weiter. Aber es gibt auch noch in den anderen Räumen Durchgänge. So, wie ich das richtig gesehen habe. So. Ah. Ein Key. Und ein Herzchen. Sehr schön. Oh, ich freu mich. Einfach mal random reinschuten. Oh, das ist ein One-Hit. Die sind so anstrengend, ne? Diese Gegner. Die sind so anstrengend. Komm schon. Okay. Schlüssel. Teleporter. One-Hit. One-Hit. Ähm. Okay, weiter geht's. Hm, Mana nehmen wir mit. Da-dum, da-dum. Und den Rubin natürlich auch. So. Kann ich die auch besiegen jetzt? Ja, sehr schön. Muss nur ein bisschen aufpassen. Okay, hier muss ich das Ding wieder rumdrehen. Und hier gibt's noch ein paar Pfeile. Sehr schön. D-dum. D-dum. Ah. Nice. Okay, ich könnte meinen Stab aufladen gegen Magie. Aber, ne. Den lass ich droppen. Wenn das jetzt ein Herzstab gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay. Ja. Können wir mal drüber reden. Aber so, ne. Ne, 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 ne. Nee. Hm. So halten die vier Schläge aus. Und mit dem Dings halten die nur einen Schlag aus. Auch interessant. Ähm. So. Ah, okay. Was haben wir da aktuell so? Vielleicht können wir noch was Schönes bekommen hier. Oder zumindest noch irgendwo ein bisschen Heilung organisieren. Bräuchte ich halt vor dem Bosskampf, theoretisch. Das gibt's noch nicht. Wo weckt das Vieh? Zack. Ah, danke. Danke, Leute. Danke. Da sind noch zwei Herzchen. Das kann ich umdrehen. Das aktivieren. Oh, hier ist ja gar nix. Sehr schön. Ohne Schatzkiste mit. Yay. Heilung. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Cool. Wir sind wieder am Start. Ähm. Nö, hier haben wir alles. Ähm. Wo war'n das? Ah, hier. Äh, Schlüssel haben wir nicht. Ich hoffe, ihr da traut ja, ne? Sehr schön. Da, da. Das hilft mir sehr weiter. So. Hm. Und weiter nach unten. Okay. Warum kann der mich treffen? Ganz ehrlich. Ich hab' mich extra seitlich positioniert. Ja! Noch mehr Heilung. Oh, ich freu' mich. Cool. Das könnte was sein. Könnte, muss aber nicht. Tadam. 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 Ich hasse diese Viecher. Was gibt's? Ey, ey, komm. Hallo. Das kann doch gar nicht sein, dass die so kacke sind, oder? Das ist doch einfach nur Mobbing hier. Meine Fresse. Okay. Okay, Bosskampf. Es ist soweit. Wir haben doch wieder ein bisschen Heilung bekommen. Wir sind... Ich glaube, wir sind okay ausgerüstet. Okay, rein da. Nein. Nein. Danke. Geh mir! Ja, geil! Oh, Leute! Nice! Äh. Ah. Wollte schon sagen, wo ist es hin? Wow. Diese Challenge macht mich fertig, ey. Okay. Eine Etage noch, Leute. Eine Etage noch, dann haben wir es. Oh, bitte lass uns hier nochmal was Gutes bekommen. Irgendwo. So. D-d-d-d-d-d. Okay, bis jetzt sehr linear. Auch keine Gegner, das gefällt mir sehr. Oh, geil. Juckt mich nicht. So, hier brauche ich einen Schlüssel. Okay, wir gehen nach oben. Und kriegen eine Schatzkiste. 15 Pfeile. Geil. Okay, erster Gegner. Tschüss. Die halten, glaube ich, jetzt auch extra viel aus, ne? 4, 5 Schläge. 4, 5 Schläge. Mana nehmen wir noch gerne mit. Ansonsten ist hier nicht viel. Okay. Okay, wir haben... Wir haben aber unten auch noch einen Weg gehabt, oder? Bin mir grad nicht ganz so sicher. Oh, da ist ein Laserauge. Ja, da sollst du noch ein bisschen aufpassen. Da ist mir der Kähne gewischt gekommen. Okay, es geht nach links und nach rechts. Okay, das ist sinnloser Raum. Mh, 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 mh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, kacke. Ich sammle das Herz wieder ein. Ich trottel. Ja, oh. Schön, das war gut. Das war auch nur einer. Hier könnte theoretisch was sein. Soll ich mal? Das sieht für mich auffällig aus. Okay. Naja. Ich mein, der Kompass, ja. Kompass ist cool. Aber ansonsten ist es auch nicht so geil. Ich hab jetzt mehr erwartet gehabt, tatsächlich. Und ich hab wieder das Herz eingesammelt. Mann! Oh, oh. Das ist eine Biene. Ich brauch keine 80 Rubine. Okay, wir gehen nach unten und nach rechts. Hab ich nicht, ne? Ne. Sehr schön. Die sind nicht so schön. Aber juckt mich auch nicht. So. Äh, Bogen. Wir haben noch 32 Pfeile. Tschüss. Zack. Und weiter geht's. Dö, dö, dö. So. Dann, äh. Keine Ahnung. Wo muss man lang? Da braucht man einen Schlüssel. Äh. Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich das irgendwo schon gesehen hab. Wo so ein Schalter war. Irgendwo muss er sein. Dieser Schalter. Na, hier war's auch nicht. Hä? Doch hier? Also bis jetzt kommt man sehr gut durch. Ich bin, äh, begeistert. Hä? Aber wo muss ich jetzt lang? Hä? Hä? Nee, hier nicht. Hä? Den haben wir umgedreht. So. Jetzt fahren wir hier links. Ah, ich muss... Gut, dann muss ich doch ein paar Gegner töten. Ich muss theoretisch... Ja, ich muss da oben nach links. Äh, nach rechts. Ich muss hier und dann hier oben rein. Ich hab aber keinen Schlüssel. Das heißt, irgendwo hab ich, glaub ich, Gegner vergessen. Oder? Warte mal, ganz am Anfang. Ganz am Anfang geht's auch noch nach oben. Seh ich gerade. Vielleicht. Ah, nee, da kam ich her. Das find ich immer sehr random, dass diese Tür eingezeichnet ist. Hä? Hab ich irgendwo Gegner vergessen oder so? Da kam ich nicht weiter. Ah, 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 hier. Okay, Pfeile machen da nix. Ich wollte nochmal ausprobieren, aber nee, das geht nicht. Gut, jetzt sind wir zumindest wieder auf der richtigen Spur. Hä? Hat ein bisschen gedauert. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Das war doch ganz schön scheiße. Mana ist gut, ja. Ähm. Haben wir hier noch was? Okay, okay, okay. Oh, Gott. Das ist ganz scheiße gerade. Oh, Gott. Okay, nach unten geht's weiter. Ei, 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 ei. Oh, Gott. Ähm. Mach doch noch mehr Gegner auf einen Raum. Okay, ich hol mir nur den Schlüssel. Ciao. Hä? Hä, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück latschen, um zu der Schlüsseltür zu kommen, oder wie? Ei, 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 ei. Ähm. Ich mach mal so. Nee, hier muss ich nicht lang. Ich muss nach rechts. Nach rechts und dann nach unten. Genau. Alter, Falter. So. Jetzt müssten wir wieder richtig sein, Leute. Okay. Okay, Bogen. Äh. Gibt's noch nicht. So. Okay. Wie viele wieder, ne? So. Ich hab ne Bombe bekommen. Das gefällt mir. Der gefällt mir nicht so. Oh, Gott. Jetzt mal. Tutet euch gegenseitig. Ich seh gar nichts. Ja. Einer ist tot. Junge. Alter, Falter. Junge, 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 Junge. So, hier könnte unter Umständen was sein. Soll ich mal ne Bombe legen? Komm, ich mach mal. Nö. Schade. Okay. Äh. Bogen. Wie viele Pfeile hab ich noch? 26. Das ist noch ne stattliche Anzahl. Äh. Ich scheiß auf die. So. Oh, Gott. Klar. Cool. Das ging ja doch ganz gut. So. Ich glaub, ich nehm mal kurz den hier. Immer möglichst wenig Mana drauf haben. Damit mich Gegner nicht, äh... Gegner mir keinen Mana entziehen können, ne? Das ist immer ganz geil. So, haben wir hier irgendwo welche, die verdächtig aussehen? Nö. Schade. Und weiter geht's. Auch. Das war selber sehr dumm von mir jetzt gerade. Ja, Herzchen. Ja, Herzchen. Die sind so unfassbar nervig, diese Gegner, ne? Ist der Wahnsinn. Okay. Oh Gott. Und mit Auge. Sehr schön, okay. Kann man hier... Nein, kann man nicht. Aber... Das sieht verdächtig aus, aber das kann ja nicht sein. So. Okay, da ist der Schlüssel. Sehr geil. Sehr geil, Leute. Sehr, sehr geil. So, und weiter nach oben. Perfekt. Aber gut, es läuft. Ja, Hilfe. Tschüss. Oh Gott. Ja, das war knapp. Mann, dieses Kackgeld. Keiner braucht Geld. Da kommt das wieder rum, das Geld nicht glücklich macht, ne? Oh Mann. Ich muss mich echt konzentrieren jetzt. Okay, Pfeiler. Nein! Ach so. Ah, weil... Ja. Mein Fehler. Okay, sehr schön. Äh, es geht auch noch rechts, ja? Ja, 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 ja. Oh, eine Schatzkiste. Eine Steine. Boah, wir hatten glaube ich irgendwo noch einen roten, oder? Einen grünen, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Okay, aber es wäre cool, wenn nochmal irgendwie so was kommen könnte. Ich würde mich freuen. Ja. Oh, wir kriegen gerade schön Mana. Gefällt mir. Okay, es geht weiter. Wir können oben weiter. Noch ein Herzchen. Warum wirfst du einfach so random? Was soll das? Hä? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay, weiter geht's. Yes, Mann. Okay, gehen wir mal nach unten. Oder noch mal links. Das war wohl eine Falle. Hm. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Hm. Alter. Wie viel Kohle. Yay, und ein Herzchen. Schön. Leute, wir haben es gleich. Bald. Theoretisch. So. Fabelhaft, du. Okay, hier. Kein Schlüssel? Gar nichts? Hm. Okay, wir gehen erst nach oben, würde ich sagen. Ach, du Packe. Ne, das ist ein Teleporter. Das kann nicht richtig sein. Dann gehen wir erst mal unten, würde ich sagen. Hm. Ich hab halt grad die Hoffnung, dass wir irgendwo noch einen Bonusraum bekommen. Oder so ein Sora, äh, so eine Sora-Quelle. Okay, hier gibt's ja Geld, das brauch ich nicht. Ja, dann, äh, der Teleporter. Teleportiert uns jetzt in die letzte Ebene. Die müssen wir noch aushalten. Und dann haben wir's geschafft, Leute. Dann sind wir bei Arganem und... Und haben das Game gerockt. Die Challenge gemeistert. Leider mit Hilfestellung. Aber ganz ehrlich... Ist für mich okay. Ist für mich okay mit der Hilfestellung. Ist wirklich ein sauschwieriger... Eine sauschwierige Challenge. Meiner Meinung nach. Oh, Gott sei Dank haben wir grad Herzchen bekommen. Gott sei Dank, ey. Ah, schöne Gegner nochmal. Und Bomben nochmal richtig. Aber egal, das brauch ich alles nicht mehr. Den eigentlich auch nicht. Wir haben's gleich geschafft, Leute. Noch zwei Räume. Letzter Raum. Leute, wir sind bei Arganem. Yes! Yes, yes, yes. Ey, den pop mal weg. Der hat keine Chance. Wie geht das am Start? Der haut den jetzt weg? Hm, Alter. Das waren auf jeden Fall fette zwei Stunden, die wir jetzt aufgenommen haben. Bisschen länger. Ah. Also, mit Abstand der schwierigste Run bisher, Leute. Aber wir haben ihn endlich gemeistert. Geil. Hey, Kumpel. Ich bin's, Vegeta. Wir kennen uns noch nicht, aber... Ich strike dich jetzt weg. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ach, Mann! Mann! Der hat die Konzentration wieder versagt. Der hat die Konzentration wieder versagt. Der hat die Konzentration wieder versagt. Und einmal noch, Leute. Ähm. Hä? Was war das denn? Was war das denn? Fragt mich nicht, dass das eben war. Okay, wir haben es geschafft. Leute, diese Challenge ist endlich gemeistert. Also wir haben uns jetzt schon mehrere Male an dieser Challenge die Zähne ausgebissen. Und haben es jetzt aber endlich mal geschafft, diese Challenge auf die Ketten zu bekommen. Wie geht da der Gute? Der hat es geschafft, der musste nicht mal sich zum Super Saiyajin verwandeln, um das zu schaffen. Aber wir haben es. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum nächsten Part zu Dungeon of Infinity. Tschüssi, Leute.